Moins und willkommen zum neuen Video von mir, dem Chef. Gestern sprachen wir bereits über die zwei eventuellen Teaser bezüglich des Features des Feuers und einer möglichen neuen Tall Tale, die schon sehr bald kommen könnte. Gegebenenfalls sogar schon am 20.11. Und nun kann man sagen, dass das alles wohl stimmen könnte. Denn in der kurzen Zeit sind mehrere kleine Dinge passiert. Manche mit voller Absicht und manche eher weniger. Gestern sprach ich bereits einen kleinen Teaser an, welches das Feuer betreffen könnte und diese Idee scheint wohl richtig zu sein. Denn so sieht man in einem Trailer zur X-019 ein kurzes Bild, welches folgendes zeigt. Schaut man mal genau auf die Kanonen so erkennt man schnell ein kleines aber feines Detail. Und nein, damit meine ich nicht den neuen Kanonenskin, welcher auch sehr gut aussieht, keine Frage, sondern spreche ich von dem, was aus der Kanone herauskommt. Man kann dort nämlich eine Flamme erkennen und somit ist wohl klar, wie wir das Feuer einsetzen können werden, nämlich wohl durch eine neu verfluchte Kanonenkugel. Ich freue mich sehr, diese bald in Aktion zu erleben und am meisten interessiert mich, wie sich das Feuer an Bord eines Schiffes verhalten wird. Ich hoffe sehr, dass es sich dynamisch verhält und nicht einfach wie ein kleines Lagerfeuer, was dann an Ort und Stelle immer bleibt, sondern dass es wirklich so ein klein wenig wandern kann. Soviel erstmal zum Feuer und einem Teaser, der durchaus geplant war, das sollten wir alle entdecken. Den zweiten Teaser oder eher Leak betrifft die Idee einer neuen Tall Tale. Dass es eine neue Tall Tale irgendwann mal geben soll, das war klar. Die Frage war nur wann und worüber sie gehen wird. Das worüber sprachen die Entwickler ein klein wenig auf einem Panel an, in dem sie sagten, dass die Insel Shipwreck Bay und das Schiff die Black Witch eine wichtige Rolle spielen werden. So ging ich bereits gestern auf den Teaser ein, welchen den Piraten Pendragon zeigte und somit schon recht klar war, dass es sich bei der neuen Geschichte um ihn und sein Schiff drehen wird. Das war alles geplant, was dagegen nicht geplant war, war folgendes. Irgendjemand bei Rare hat wohl aus Versehen bereits die Tall Tale und ihre Aufgaben in das Hauptspiel hochgeladen, so dass es wirklich jeder sehen kann. So wissen wir nun schon ein klein wenig mehr, was wir alles machen müssen und vor allem kennen wir nun auch den Namen der neuen Tall Tale, denn dieser lautet die Seefahrerseele. Und ich glaube, da orientiert sich die Tall Tale ganz stark an dem Spielvorbild Black Witch, welches ja eine Hommage in Thee of Thieves durch das Schiffwrack Black Witch ebenfalls erhalten hat. Wann genau die Tall Tale kommen wird, noch keine Ahnung. Ich bin mal sehr gespannt, wie die neuen Rätsel aussehen werden und ob sie genauso episch sind wie die alten Tall Tests, denn ich fand sie stellenweise schon sehr, sehr gut. Auch wird wohl jemand bei Rare ein klein wenig was auf den Deckel kriegen, wobei der Leak an für sich gar nicht mal so schlimm ist, da ja Rare darüber in einem Panel bereits einige Tage vorher gesprochen hat. Zum Schluss gibt es noch eine Info für alle, die gern das Obsidian-Steuerrad hätten. Denn morgen gegen 21 Uhr findet der Inside Xbox Stream auf Mixer statt, bei dem ihr durch einfaches Zuschauen, wie so häufig ein neues Item erhaltet und in diesem Fall hat das Obsidian-Steuerrad. Ich würde mal sagen, noch mehr ein Grund bei diesem Stream einzuschalten. Ansonsten waren das soweit alle Informationen von meiner Seite. Ich bedanke mich recht selbst fürs Zuschauen und dann sehe ich euch an Bord. Euer Chef. Ich bedanke mich recht weit darüber. Ich bedanke mich zum Schluss. Und ich bedanke mich mods are ich euch an. Ich bedanke mich, hvis ich mich los chuyburden von meiner Seite. Ich bedanke mich kann. Ich bedanke mich an das Gebäude. Ich bedanke mich nicht. Ich bedanke mich an das Buch mit der Junkan, wie zu du bei mir im